Ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger aka Hoodboy1337, sondern euch auch herzlich willkommen zu Weekly Kills in Fortnite Battle Royale Folge 3. Schön, dass ihr mein Video anseht, Freunde. Schauen wir uns mal an, was wir hier für Kills wieder vollbracht haben. Nur die beklopptesten Kills, die ich mache. Komm in meine Videos. Man sieht es direkt. Hier fängt es schon gut an. Wieder mal eine Menge Spaß gehabt. Die letzte Woche ging so schnell rum, Freunde. Bam! Damit hat er nicht gerechnet. Und er kluckert sich da ordentlich einen weg. Wie ein Walross. Wie ein Walross. Schön. Er hat den noch mal einen Wert noch nicht. Ja, genau so habe ich mich gefühlt. Da war ich mal der glückliche Besitzer eines Jetpacks. Ja, mit dem Jetpack muss man erst mal zu euch kommen, wenn man nicht so oft die Gelegenheit hat, dieses zu erhalten. Dann braucht man erst mal ein bisschen Übung, Freunde. Und hier Lilifee gegen Lilifee. Habe ich noch mit 7 HP geschafft. Wunderbar. Also die Burst, die ist gar nicht so schlecht. Mit ein bisschen Übung trifft man damit auch sehr gut. Macht auch gute Kills. Und er glückert sich da auch erst mal in Ruhe weg. Der kommt schon noch. Ja, der erste Treffer hier hätte besser sitzen müssen. Genauso wie bei ihm. Er läuft einfach weg und schaut sich die Wand an. Ja, Freunde, habe ich schon erwähnt. Ihr könnt mich kostenlos abonnieren, wenn ihr das möchtet. Lasst einen mega fettigen Daumen nach oben da, wenn euch meine Videos gefallen und einen Kommentar da lassen. Ich liebe eure Kommentare. Ich küsse euren Schädel dafür. Hier habe ich auch ein paar gute Kids gemacht. Ich glaube, drei Stück waren es. Manchmal hat man so eine lustige Situation. In Fortnite. So wie hier in dieser Spielszene. Easy. Das war so easy. Müsste immer so laufen. Das war der Johnny Fettfinger Überraschungsmoment. Ja, das mache ich doch am liebsten. Nicht selbst. Der Hoppelhase, der hört sich voll gruselig an. Voll das Killerhäschen. Und er denkt auch, man hört ihn da nicht rumtrampeln. Ich weiß, das geht besser. Ich weiß. Aber Freunde, mit meinen fettigen Fingern klappt das nicht immer so, wie ich möchte. Bitte verzeiht mir das. Hier wieder ein schöner Treffer mit der Börst. Einfach nur lecker. Einfach nur krass. Einfach nur krass. Bam. Johnny Fettfinger aka Hoodboy1337. Ja, da hat er sich gedacht, holt er sich einen schönen Kill. Aber nicht mit Johnny Fettfinger aka Hoodboy1337. Und tschüss, lieber Gegenspieler. Ich habe ihn erst gar nicht gesehen. Kommt er einfach durch die Dicke gehüpft. Aber mit 2 HP überlebt. Das ist der Johnny Fettfinger Style. Oh yeah. Oh yeah. Netter Versuch. Netter Versuch. Netter Versuch. Man hört ihn auch gar nicht. ein sehr, sehr schöner Treffer. 127. Das ist der Johnny Fettfinger. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Naugum. Taugum. Naugum. Oh. Naugum. Naugum. Jaugum. Naugum. Naugum. oh man freunde das ist wieder so lustig hier was hat fortleidig schon belustigt was habe ich für einen spaß an diesem spiel ganz ehrlich leute aber auch gar nichts zu sehen schlecht lernt er daraus nächste mal bessere deckung ganz ehrlich was soll das ich tanze noch extra unverständlich so dass ich tanze noch um ihnen meine freundschaft zu beweisen und er greift mich an das ist doch wahnsinn ja mein freund das war nicht ein tag heute der dritte schuss hat gesessen so so Ich hab ihn entdeckt. Meiner, der gehört mir. Oh, das war mein fünfter Kill, Freunde. Nicht schlecht. Ich bin bescheiden über 5 Kills, da freu ich mich schon. Und den hatte ich nach meinem Tod noch mitgenommen, mit der Granate. Johnny Fettfinger Style. Ja, ein sehr schöner Treffer. Boah, manchmal schieß ich so krass daneben. Wenn ich nicht so fettige Finger hätte, Freunde. Was soll ich machen? Ich kann meine Hände nicht aus der Chips-Tüte lassen. Das war's erstmal von mir, liebe Freunde. Ich geh mir erstmal ein paar Chips reinpfeffern. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonnieren, kommentieren und liken. Nicht vergessen für euren Johnny Fettfinger. Tschau tschau mit Au Au. Tschau tschau mit Au Au. Oh, das war mein Kreuz.